Und damit herzlich willkommen zum Rennen Project Cars mit Lumpi, Gerd, Nick und Andi in Oschersleben Wagenklasse Road D. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Alter, die Karte kommt gar nicht weg. Ah, scheiße. Start vollkommen verkackt. Nick, bleib du links. Ich hab nicht vor, woanders hinzufahren. Wow. Wow. Ja, komm, Nick. Zieh vor. Ich versuch's, ja. So, ich bin vorne, ne? Ja, ja, du bist... Wir haben einen zwischen uns. Auch nicht schlimm. So, den hab ich nach außen gedrückt. Der Mario drückt. Ah, der Andi nimmt die Kurven sehr beherzt. Tut der das? Ja, Andi nimmt die Kurven sehr beherzt. Schlecht, muss ich sagen. Kann ich nicht sagen. Ich schon. Kleb dir am Heck, mein Freund. Wieso klebst du dem Andi am Heck? Weil er Andi Zweiter ist. Was? Ich hab den, ich hab den Start versemmelt. Echt? Ja. Scheiße, ey, jetzt hab ich Fehler gemacht. Nick, drück doch mal den Andi ein bisschen. Okay, we've got a little bit of pressure from the guy behind. So maybe time to start covering the inside line. Und da, da, oah, was sich Nick an Andi randrückt, ne? Hm, ich bin in Andi. Ich bleib auch etwas mehr außen. Ich hab versucht, innen zu bleiben. Hat das einigermaßen geklappt, oder? Ja, ich bin hinter dir direkt. Alles klar. Nein, ist ja gut. Hat alles wunderbar funktioniert. Da kannst du auch bleiben. Alles fair gemacht hier. Auf einmal. Was heißt denn hier auf einmal? Ich hab ja gesagt, ich hab mich gebessert. Ich hab geübt. Naja. Den haben wir grad mal ein bisschen weggeschoben. Alter. Ja, ich hab ganz gute Zeiten, hab ich das Gefühl. Jetzt fahr ich 1,21er Dinger, weißt du? Das Rennen motiviert mich immer, bessere Zeit zu fahren. Einer, es war zu spät. Ich fahr meine Standard 1,25. Super. Andi, lässt du mich gleich innen vorbei, ich komm gefährlich nah. Du musst ja erstmal mal abrinkommen. Ich sag nur. Ich glaub nicht, dass Andi dich vorbeilässt. Das fürchte ich allerdings auch, ja. Nee, er macht zu. Aber ich wollt grad sagen, Majo, warte einfach auf den Fahrzehler. Ja, genau. Das war fürs Zumachen. Egal, komm weiter. Weiter, weiter. Ne Sekunde hinter Lumpi. Spinnst du? Ich bin neben Lumpi. Ey! Da war die Tür zu. Ja, toll. Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Super. So fährt Lumpi seine Rennen. Geil. Alter. Ja, so kann ich auch Erster werden. Alles klar, weiß ich für nächstes Mal Bescheid. Was machst du denn um mein GTA, hä? Was machst du denn hier? Ich hab versucht, einfach nur vorbeizufahren. Jetzt bin ich siebter, du Spinner. Alter. Dann müsste Majo aktuell Zweiter sein, eventuell. Jo. Ich muss mich jetzt mal wieder rankämpfen. Wo hängst du denn? Aktuell 5. Hab ja richtig Plätze gekostet, der Verbremser. Ja, du bist aber auch... Oh, 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 oh. Da ist Dirk Schnabel. Oh, weißt du, keine Rücksicht mehr auf Lumpi in Zukunft. Tschüss, Dirk Schnabel. So gewinnt der Penner, ey. Das kann er nicht angehen. Warum hat Dirk Schnabel jetzt auf einmal ein anderes an? Ne, das ist Andi. Ja, Andi, komm. Bruder, hab ich ins Rutschen gekommen. Da haben meine Reifengrapper schon gequietscht. Muss Andi im Blick behalten. Oh, der Andi fährt konstant Ideallinie, ne? Ja, ja, ja. Probe für Weaknesses, jetzt. Wah! Oh, der setzt zum Überholen an. Der Dirk Schnabel setzt aber auch zum Überholen an, ne? Ja, meine ich ja. Der versucht es immer wieder bei dir. Ja. Ah, ne, ich hab kein Schnabel. Der heißt bei dir anders. Ach so, ja. Du hast einen Schlafraum oder Clayfum. Okay. Okay. Clayfum heißt der Typ. Dann ist der Herr Schnabel zurückgefallen, oder? Ja, der Herr Schnabel, der müsste hinter mir sein oder hinter mir ist nichts. Ach so, du bist wieder... Hinter mir, hinter dir bin ich. Du bist wieder zurückgefallen. Ich hab grad die ganze Zeit gedacht, ich hätte dich noch am Arsch. Nein, nein. Ich hab nur den Schnabel eingeholt und hab die ganze Zeit noch den Clayfum und dich vor meiner Nase. Ja, der Clayfum ist sehr anhänglich. Deswegen hatte ich mich gewundert, wieso du so konstant Ideallinie fährst. Farsch, trotzdem. Alter, nee, Lumpi ist nicht zu holen, ey. Lumpi rammt ja auch einfach nur. Ist der Unverdient da auf dem Ersten. Ich würd locker nur da vorne mitfahren. Was machst du denn, Lumpi? Hat er Scheiße gebaut? Lumpi, warum stehst du da? Alter, ui. Lumpi steht da in der Gegend rum. Hm? Äh, äh, äh. Oh Mist. Ist Lumpi noch da? Ja. Warum stehst du da? Hatte meine Gründe, warum ich zurückgesteckt hab... Ach, weil nix sich so geärgert hat, dass du die Tür zugemacht hast. Wie weit bist du, wie weit hast du dich jetzt zurückfallen lassen? Dankeschön. Oh, Andi, der Typ, der klebt, ne? Ja, war auch. Ich kleb den auch. Wer schmeißt doch schnell die Tür zu. Nein! Oh, nein, 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 nein. Oh, oh. Ups. Doch mal Beauty an. Ja, das, äh, da war ich etwas spät auf der Bremse. Lumpi, kommst du noch ran? Ja, ich seh euch. Ich bin mit einer drückischen Abel. Aber jetzt muss ich nur wieder gucken, dass ich mich rankämpfe, weil das hat mir jetzt eine gute Sekunde gekostet hier. Nein! Oh, da ist ein Herr Temse. Ja. Ich versuche mich mal außen zu halten. Jetzt bin ich in. Ja, oder weniger. Kurve komplett parallel, ey. Ja. Fährst du innen? Ich bin, ich bin jetzt außen. Ich gehe jetzt in. Oh. Ja, ist okay, passt. Also, du bist hinter mir. Ja, ja. Komm noch an diesem Cobin da vorbei. Oh, da ist ein Gerd rausgeflogen. Jo. Aber ganz schön weit. Hat mich auch locker mal einen Platz gekostet. Da hat es mich ein bisschen quergestellt auf der Strecke. Also, Tankprobleme kriege ich nicht. Der ist 16 Liter noch. Ja. Und wir sind schon neun Runden gefahren. Ja. Oh. Der qualmt den Dabler so. Da hätte ich mich fast gedreht. Aber das dürfte die Antwort auf deine Frage sein. Ich hatte mal einen Quersteher drin. Nein! Was war das denn für ein Schlenker? Ich habe nach hinten geguckt. Macht man nicht. Ja, habe ich gemerkt. Aber Glück gehabt. Wow. Was habe ich denn jetzt gerade verlegt? Irgendwie habe ich immer einen Rennen. Das ist manchmal so. Ja. Andi, was ist los? Du verlierst an... Du verlierst an... Du gewinnst an Abstand. So rum. Ganz nicht lange. Was geht's? Sprit mehr oder was? Doch. Massig. Oh. Spät auf der Bremse. Spät auf der Bremse? Da kann ich auch scheiße. Da rum. Oder irgendeiner kommt. Oh, der Nickel. Rumgeslidet. Ja, das hat aber Zeit gekostet. Musst du kurz bremsen. Ich habe hier in dem Abschnitt immer einen Quersteher drin. Welchen? Ähm, in den beiden etwas größeren Kurven, kurz vorm zweiten Messpunkt. Andi, geht der Rauchmelder wieder los? Ja, der geht gerade mal wieder los. Vielleicht brennen die Luftballons, wer weiß. Das wird sein. Boah, 1,22 bin ich gefahren. Lumpy, Platzierung? Hier, da. Oh, Andi. Ja, ich sehe ihn. Das heißt Andi. Ich kriege ihn auch noch wieder. Nein. Erstmal holt Lumpy dich, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht hier laufen verbremse, dann dürfte der Mario auch bald da sein. Da ist er doch schon wieder. Ich glaube, Mario hat sich gerade selber ein bisschen verbremst. Ja, Mario hat gerade einen Fehler gemacht. Aber Andi fahre ich weg. Glaub mir. An mich kommt der Andi nicht ran. Doch. Ich warte. Worauf? Schön Wetter? Auch, ja. Ich bin geduldig. Wie Papier, ne? Manchmal ist das tatsächlich gar nicht so schlecht, mal fast geduldiger hinterher zu fahren. Scheiße! Genau deshalb. Das gibt mir dann immer wieder die nötigen paar, tente Sekunden, um ranzukommen. Ja, ja. Lumpy kommt auch langsam immer näher. Der fährt Bleifuß. Ja klar, der Lumpy Bleifuß. Oh. Ja, toll. Jetzt stehe ich hier fast in der Kurve. Schubst doch, du Sau. Ja, da ist Oschers Leben echt gefährlich. Oh, beim Schubsen oder beim, äh, Kerstehen? Beim Querstehen. Das stimmt wohl. Also, ich hab, glaub ich hab keine Runde ohne Quersteher. Aber Oschers Leben ist reifenverträglich, ja. Ja, mit den Autos sowieso. Ja, das muss man halt auch bedenken. Die fahren nicht besonders schnell. Ja, aber bei Road C2, die ja noch, äh, die ja ein bisschen schneller sind, da hatten wir ja reifentechnisch echt ein bisschen die Arschkarte, ne? Ja, wobei das auch nur beim Fokus irgendwie so war. Ja gut, wobei wir, Lumpy und ich, uns natürlich auch die Reifen an den Curves kaputt gefahren haben, ne? Ja, ich auch. Äh, aber ich find das immer noch komisch mit dem Sprit letztes Mal. Ja. Ja. Boah, ich kann hier, ich muss hier ein bisschen langsamer machen. Der Reifenverschleiß macht sich schon bemerkbar. Ich hab hier jedes Mal einen Quersteher in der zweiten Kurve. Oh, da ist Lumpy. Lumpy hat, Lumpy hat, Lumpy hat, Lumpy hat Andi geholt, ja. Ja, und ich bin hinter Lumpy. Also ich lass den Lumpy jetzt Druck auf dich ausüben und probier direkt mit vorbeizugahren. Andi, ich schulde dir immer noch einen Schubser aus einer der ersten Folgen, Alter. Mach dir mal keine Hoffnung, Mann. Ich hab das nicht, ich hab das nicht vergessen. Hier ist der 24., der leckt sich wieder was zurecht und schubst mich damit raus. Fehler gemacht, scheiße. Alter. Diese scheiß KI. Du leckst, verpiss dich. So, jetzt ist er volle Kanne ins Giesbett gerödelt. Oh ja, da ist er. Andi klammert sich an Lumpis Windschatten. Der leckt nämlich wie Sau. Bei mir nicht. Bei mir schon. Ah, verbremst. Das höre ich gern. Das wundert mich nicht. War zu aggressiv am Anfang. Lumpy, willst du innen fahren? Ja. Ja, jetzt musste ich Platz machen, sonst hätte ich Lumpy rausgedrückt. Die Kurve ist für ein Überholmanöver zu hängen. Bei Nick und mir war das eben nämlich nur Glück, dass wir da parallel durchgekommen sind. Nein, Andi! Du Hackenpenner! Was war? Du warst in meinem Heck. Ich hab dich nicht berührt, nur kurz. Natürlich, du hast geschoben. Nein, ich schwöre. Ja sicher, wie kann ich denn sonst so zur Seite abfliegen auf einmal? Ich hab nix gemacht. Ich hab mich selber gewundert, dass du auf einmal weg warst. Ich hab dich nicht berührt. Niemals. Ich war einen Meter hinter dir. Ich war in deinem Windschatten, ja, aber berührt hab ich dich nicht. Definitiv nicht. Was machst du in meinem Windschatten? Ich hab grad, dass ich rausfliege, wenn ich so ein Amboss im Windschatten habe. Hast du vielleicht Gas und Bremse vertauscht? Nein! Ich hab die Kurve genommen, wie immer eigentlich. Oder zum Früh Gas gegeben. Ich muss die Penne halt rausschieben, wenn sie zum Verrecken jedes Mal die Tür zumachen. Drei Sekunden hat das gekostet. Fuck, ey. Aber jetzt werden die Rennen mindestens mal interessant. Boah, ich hinterlasse wieder Rauchwolken. Oh, der KI sind mal davon gefahren, soweit, ne? Ich hab hier KI vor mir hin. Das macht's nicht leichter. Boah, die Bremsen. Bumpy, warum ist das schon? Naja, ich verlieh dich doch. Andi, versuch bitte gleich da vorne sauber zu überrunden, ja? Sowieso. Naja, Andi kann ja gar nicht anders, ne? Genau. Ich bin so ein fairer Sportsmann heute. Seh ich. Wieso siehst du? Weil ich rankomm. Ja, aber ich... Ich hab den Woo vor mir. Ja, ich weiß. Hat der Woo vor mir. Ja, vielleicht schießt Andi sich ja beim Überholen selber ab. Gar nicht mal so unwahrscheinlich. Die KI schmeißt gerne die Tür zu. Er hat dir nix zugeschmissen. Nee, Andi hat über's Kiesbett abgekürzt. Nee, nee. Abkürzen ist anders. Naja. War ein bisschen hart auf dem Kurv, ja. Warum ist der Woo denn so lahmarschig? Ach, liegt bestimmt am Auto. Das könnte sein. So, Woo hab ich. Du warst nämlich kurz davor, jetzt reinzuziehen. Wow, ich war... Ich war ein Tausendstel schneller als in der schnellsten Runde bis jetzt. Geil. Ja, ich hab's gesehen, weil ich bin nach innen gezogen. Und er hätte jetzt sagen müssen, dass du rechts innen bist. Dann wäre ich links außen gefahren. Ich war gerade so in der Kurve drin. Ja, ich hab's gesehen. Aber das macht die Rennen jetzt interessant. Der fliegende Platzwechsel. Aber an Lumpy komm ich nicht mehr ran. Alter. Ich fang wieder an, mich zu drehen so langsam. Oder zumindest mich fast zu drehen. Aber kostet halt alles Zeit. Es fliegt an den Bremsen teilweise auch. Weil die Bremsen jetzt ablängst. Weil die Bremsen jetzt langsam, die hinterweifen. Ich glaube, wenn der Mario da vorne ein bisschen drücken würde, könnte man rankommen. Ich kann nicht viel drücken, weil Lumpy gerade... Wir haben ja nur noch zweieinhalb Runden. Weil Lumpy gerade im Überrundungsmanöver ist. Im Überrundungsmodus. Ja, weil wenn ich da dann drücke, dann hab ich ein Problem mit der KI. Die scheint das irgendwie nicht so faszinierend zu finden, wenn man hier drückt. Komisch aber auch. Oh, tschüss Andi, das hab ich im Rückspiegel gesehen. Aber gerettet. Oh, wie nett. Der lässt mich vorbei. Ja. Er lässt mich vorbei. Ja, schon wieder so ein bangendes... ...etwas. Okay. Lumpy im Überrundungsmodus schon die ganze Zeit gerade, ne Lumpy? Ja. Also langsam krieg ich auch die Kurvenfahrten in den Griff. Meinst du nicht, dass das ein bisschen spät ist? Echt. Dann ist schlimm, ich lerne ja für die Zukunft. Und hier ist Oschers Leben ganz praktisch, um das Ein- und Ausfahren der Kurven wirklich ein bisschen draufzukriegen. So, letzte Runde. Er ist der jetzt momentan wo? Vierter. Mario dritter, Lumpy zweiter. Ich bin siebter. Im Bremsensinn am Arsch. Mh. Mh. Okay, you've got good pace. It's time to turn it on a bit. Let's push a little harder. Alter. Boah, ey. Kann ich nicht mal Vollspeed nehmen. Oh, hab ich da viel KI vor mir. Direkt zwei Plätze, ey. Ja, kannst du dir herrollen. Was? Wieso denn Platz vier? Ne, Anzeigefehler. Ach ja, weil die zwei da noch vor mir. Ja, ja, Platz zwei. Oh, Vörter. Ey, Platz drei. Lumpy hat mich doch geholt. Boah. Nick ist erster geworden. Mhm. Alter, Fallner. Wo hängt Gerd? Äh, siebter. Ob wenn mir auch gerade die Zwölfer mitgezeigt wird. Ja, das ist, äh, wenn wir durchs Ziel fahren, dann die Oberrundeten, dann... Ja, ja. Ja, die müssen ja alle irgendwie noch durchkommen. Aber selbst da lässt, selbst jetzt im, wenn die KI selber fährt, lässt die KI dich nicht vorbei. Da ist er. Da ist Andi. Dahinter ist Dirk Irgendrat. Ja, das war das Rennen in Oschers Leben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in Project Cars. Wir freuen uns über Abos, Likes, Kommentare und eure Unterstützung. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.